Herzlich willkommen bei Germans. Mein Name ist René König und ich führe Sie jetzt durch dieses kurze Video. Bevor Sie Ihre erste Hemdbestellung tätigen, empfehlen wir Ihnen unseren einzigartigen Anprobierservice. Warum das so wichtig ist, erkläre ich Ihnen jetzt. Die Größe von Hemden kann von Marke zu Marke variieren. Deshalb senden wir Ihnen nicht nur ein Hemd in Ihrer gewünschten Größe zu, sondern auch je ein Hemd in den Größen darüber und darunter. Wenn Sie beispielsweise eine Hemdgröße L wählen, erhalten Sie zusätzlich die Größen M und XL. So können Sie nicht nur die perfekte Passform finden, sondern bekommen auch einen Eindruck von den verschiedenen Designs, Farben und Details unserer hochwertigen Baumwollstoffe. Auf jedem unserer Anprobierhemden finden Sie mehrere QR-Codes. Scannen Sie diese einfach mit Ihrem Smartphone, um nützliche Informationen zu erhalten, beispielsweise Tipps zum richtigen Abstecken des Hemdes, falls individuelle Änderungen notwendig sind. Die Anprobierhemden erhalten Sie gegen eine geringe Pfandgebühr, die Ihnen nach Rücksendung der Anprobierhemden vollständig erstattet oder bei einer anschließenden Bestellung angerechnet wird. Haben Sie Ihre ideale Hemdgröße gefunden, steht Ihnen unser umfangreiches Sortiment zur Verfügung. Ist Ihr gewünschtes Design in der passenden Größe vorrätig, liefern wir es Ihnen innerhalb weniger Tage. Sollte es nicht vorrätig sein, fertigen wir Ihr Hemd individuell an. Dies dauert einige Wochen, da wir von der Stoffproduktion bis zum letzten Nadelstich alles genau nach Ihren Wünschen gestalten. Wir beauftragen mehrere spezialisierte Textilunternehmen für die Herstellung. Ihre Geduld wird mit einem exklusiven Hemd belohnt, das Sie nur bei Germans erhalten können. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mehr über unseren Anprobierservice zu erfahren. Wir freuen uns darauf, Sie mit einem Hemd auszustatten, das perfekt zu Ihnen passt. Besuchen Sie uns auf unserer Website www.germans.shop, um Ihren Anprobierservice noch heute zu buchen. Wir sehen uns auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.